Hallo zusammen, Typhoon Network bringt diese Woche einen eigenen Token raus. Und da ich selber überlegt habe, da zu investieren und den Token zu kaufen, habe ich mich heute mal über das Projekt schlau gemacht und mir den Token auch mal näher angesehen. Und hier kommen meine Ergebnisse für den Fall, dass ihr selber überlegt habt, da mitzumachen und vielleicht als kleine Entscheidungshilfe, ob sich das für euch lohnt oder nicht. Also schauen wir uns das direkt mal an. Das Projekt findet ihr unter typhoon.network und das Projekt läuft auf der Binance Smart Chain. Und bei dem Projekt geht es darum, dass man Private Transactions machen kann auf der Binance Smart Chain. Das bedeutet, dass man Transaktionen zwischen zwei Binance Smart Chain Wallets so durchführen kann, dass der Weg der Tokens, die transferiert werden, nicht nachvollziehbar ist. Also das heißt, wenn wir normalerweise Tokens von A nach B schicken, dann sind die ja für immer auf der Blockchain gespeichert, diese Transaktionen. Und man kann also zum Beispiel unter BSC-Scannen oder mit anderen Blockchain-Explorern nachschauen, wann diese Transaktion stattgefunden hat, wie viele BNB-Tokens das waren, welche Wallets waren beteiligt und so weiter. Und typhoon.network bietet jetzt eine Möglichkeit, dass man BNB-Tokens von einem Wallet zu einem anderen übertragen kann, ohne dass man den Weg dieser Tokens nachverfolgen kann. Auf typhoon.network findet man das White Paper. Das ist, wenn man hier überlegt zu investieren, auch sehr sinnvoll, das mal zu lesen. Ich habe mir das durchgelesen. Ich erzähle auch gleich, was ich jetzt da rausgezogen habe. Jetzt erst aber nochmal, wie funktioniert das Ganze? Ich zeige das einfach mal, diese App. Und zwar hier unter Launch App kann ich die starten. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal Deposit und Withdrawal. Und da ich jetzt etwa, da ich jetzt Tokens verschicken möchte, gehe ich natürlich auf Deposit, weil ich muss erstmal meine Tokens in dieses Projekt, in diesen Smart Contract einzahlen und danach kann ich es dann wieder abheben, beziehungsweise der Empfänger der Tokens kann diese Tokens wieder abheben. Und ich klicke also auf Deposit und dann kann ich hier unter diesen vier verschiedenen Möglichkeiten wählen, also welche Anzahl an Tokens ich verschicken möchte. 0,1, 1 BNB, 10 BNB und 100 BNB. Diese vier Möglichkeiten sind tatsächlich die einzigen Möglichkeiten hier. Das heißt, man kann nicht zum Beispiel entscheiden, dass ich hier 2,3 BNB verschicke, jedenfalls nicht in einer Einzeltransaktion, sondern ich kann immer nur in diesen Chargen hier Transaktionen machen. Warum ist das so? Weil wenn ich eigene Beträge nehmen würde, dann könnte die Transaktion theoretisch ja nachvollzogen werden anhand des Betrages. Also das bedeutet, wenn ich jetzt also 2,34 BNB verschicke und in irgendeinem anderen Wallet kommen wenig später 2,34 BNB an, dann ist ja quasi die Transaktion durch den Betrag schon einigermaßen nachvollziehbar. Und um das zu verhindern, werden hier Standardeinheiten quasi eingezahlt. Und natürlich, wenn man jetzt 2,3 BNB verschicken möchte, kann man auch stückeln. Dann müsste man also 2 BNB Transaktionen und dann 3,0,1 BNB Transaktionen machen, was ziemlich viel Aufwand ist. Wahrscheinlich würde man das so dann nicht machen. Also man kann hier nur diese glatten Beträge verschicken. Und ich schicke jetzt einfach mal 1 BNB an ein anderes Wallet. Also das hier ist mein, das ist das Wallet. Ich habe das Typhoon 1 genannt. Das läuft hier auf der Binance Smart Chain. Ich habe das schon mit der Webseite verbunden. Und da sind 1,99 BNB drauf und ein BNB möchte ich jetzt also an ein anderes Wallet übertragen. Und das mache ich, indem ich jetzt hier auf Deposit klicke. Und dann bekomme ich hier so einen Text und der repräsentiert letztendlich meine Einzahlung. Und diesen Text hier, diesen Text hier, wie auch immer, das ist also eine Quittung, würde ich das nennen. Die muss ich aufbewahren. Wenn ich die nicht aufbewahre, ist das Geld weg. Also dann sind die Assets, die ich verschicke, weg. Weil nur mit dieser Quittung lässt sich das zurückholen. Ich speichere diese Quittung jetzt mal hier auf meinem Rechner und ich kopiere mir das auch nochmal in die Zwischenablage rein. Ich bestätige dann, dass ich ein Backup von dieser Note, heißt das hier, also von dieser Quittung gemacht habe. Gehe auf Send Deposit und jetzt muss ich diese Einzahlung in Metamask bestätigen, weil ja der eine BNB Token jetzt an den Smart Contract gesendet wird. Das habe ich jetzt gemacht und sobald diese Transaktion durch ist, befindet sich der eine BNB nicht mehr in meinem Wallet, sondern in diesem Smart Contract. Und da ist die Transaktion durchgelaufen und ich schaue mal gerade in meinem Wallet nach. Ein BNB ist weg und hier ist die quasi Activity Deposit. Und das heißt, also ich kann hier zum Beispiel auf der Binance Smart Chain nachschauen und mir diese Transaktion ansehen. Und die geht hier an einen Smart Contract. Und hier ist quasi Einbahnstraße, weil ab hier kann ich nicht mehr schauen, wie das hier weitergegangen ist. Ich kann in den Smart Contract reingucken, aber da sind sehr, sehr viele Transaktionen. Hier ist zum Beispiel unmittelbar vor meiner Transaktion schon eine gewesen und dann vier Minuten vorher und so weiter. Und es sind hier überall diese Einheitgrößen, sodass man also im Prinzip hier wirklich überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, wer, also wem jetzt welche Transaktion gehört, beziehungsweise man sieht schon, dass sie von mir kommt, aber wo sie dann später hingeht, das sieht man hier nicht mehr so. Im nächsten Schritt möchte der Empfänger der Transaktion jetzt die Tokens wieder abholen. Und dazu geht er dann eben auch auf Typhoon Network, startet die App und verbindet auch sein Wallet. Und ich habe hier ein neues Wallet erstellt, das heißt Typhoon 2. Also ich bin jetzt quasi in der Rolle desjenigen, der die Tokens abholt. Und mit meinem neuen Account Typhoon 2 gehe ich also jetzt hier auf die App von Typhoon Network und klicke auf Withdrawal. Und um jetzt die Tokens abzuholen, brauche ich diese Quittung, die derjenige, der hier eingezahlt hat, bekommen hat. Und die Quittung habe ich ja in einer separaten Datei gespeichert. Die ist hier. Und diese Quittung, die zahle ich jetzt hier ein. Die zahle ich hier ein, also die trage ich hier ein. Und hier muss noch die Empfängeradresse eingestellt werden. Die kopiere ich mir also jetzt auf Metamask. Und dann klicke ich auf Withdrawal. Und dann läuft im Hintergrund eine Transaktion ab. Die muss ich bestätigen. Und wenn diese Transaktion dann auf der Blockchain ist, dann erscheinen die Tokens, die hier eingezahlt wurden, für mich dann in meinem Wallet. Und die Transaktion ist durch. Dann schauen wir mal nach, was sich getan hat. Und es ist tatsächlich, also die Tokens sind hier in dem zweiten Wallet angekommen. Auf GooseDeFi.com findet ihr Goose Finance. Und bei Goose Finance gibt es hier auf der linken Seite diesen Menüpunkt IFO. Ein IFO ist hier ein Initial Farm Offering. Und da gibt es dann eben das erste Initial Farm Offering, das hier stattfindet bei Goose Finance. Und die Einzelheiten, die sind hier aufgeführt. Jedenfalls als eine Art Überblick. Also Typhoon Zero Knowledge Protocol to Send Private Transactions. Und der ganze IFO findet statt in zwei Tagen. Zwei Stunden hier in 50 Minuten von hier ausgerechnet. Das ist der 26. März um 6 p.m. UTC. Was bedeutet das? Wie viel Uhr ist das? Welcher Tag ist das? Ich zeige das mal ganz kurz. Ich habe das hier aufgerufen. UTC ist, dieses Datum hier stimmt nicht, das muss ich nochmal korrigieren. Das ist der 26. März. So, also am 26. März um 6 p.m. UTC. Das bedeutet 6 p.m. ist 18 Uhr. Also das heißt, es ist in unserer Zeit Freitag, der 26. März um 19 Uhr. Also um 19 Uhr geht das los und was braucht man, um da teilzunehmen? Man benötigt, hier steht das auch, how to take part. Ganz grob, ihr könnt euch das ja auch selber durchlesen. Ihr braucht ECG BUSD LP Tokens und die bekommt ihr, indem ihr sowohl ECG als auch BUSD in den Liquiditätspool einlegt. Und den findet ihr hier unter Get LP Tokens. Das heißt, ihr müsst denselben Dollarwert nehmen. Wenn ihr also 100 Dollar hier investieren möchtet, dann braucht ihr 50 Dollar in ECG Tokens und 50 Dollar in BUSD. Das kann man in aller Ruhe vorbereiten vor dem Launch. Denn wenn man diese Liquidität hier, diese zwei Tokens bereitgestellt hat in diesem LP Pool, dann bekommt man LP Tokens und die hat man dann in seinem Wallet. Und das heißt, man kann das heute machen oder morgen machen in aller Ruhe und dann am Freitag, wenn das Ganze losgeht, dann hat man diese Tokens schon in seinem Wallet idealerweise. Und kann sich bereit machen, hier dann teilzunehmen, wenn diese Webseite freigeschaltet ist. Man muss diese LP Tokens dann da einlegen und dann wird quasi entsprechend dem Wert dieser LP Tokens an diesem Tag werden dann eben Typhoon Tokens ausgeschüttet. Und es gibt insgesamt vier Millionen Typhoon Tokens, die hier verteilt werden. Das soll dann zwei Millionen US-Dollar ergeben, die also insgesamt hier eingelegt werden. Und eine Million US-Dollar davon, nämlich die Egg Tokens, die werden quasi verbrannt, heißt das, also geburned, gelöscht. Die sind dann weg. Und die andere Million, die geht dann eben an das Projekt, an Typhoon und die machen dann damit irgendwas. Und man bekommt dann eben entsprechend seiner Einlage eben Typhoon Tokens idealerweise. Was passieren kann, ist, dass entweder zu wenig oder zu viel zusammenkommt, so wie, also meine Erfahrung bei solchen Sachen ist bisher immer, dass eher zu viel Geld da reinfließt. Was passiert dann? Dann wird quasi ausgerechnet, wer welchen Anteil an der Gesamteinlage hatte und dann wird das Ganze dem Anteil entsprechend reduziert, sodass am Ende quasi doch nur, also die ganzen vier Millionen verteilt werden. Und was dann übrig bleibt an Geld, also das heißt, wenn ich jetzt da teilnehme und irgendwie ist es nachher zu viel in dem Topf, also man braucht eigentlich nur eine Million und es sind nachher sechs Millionen drin, dann wird auch nur ein Sechstel von meiner Einlage genommen. Den Rest bekomme ich zurück und ich bekomme dann eben einen gewissen Anteil an den Tokens. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn man zu viel einzahlt, weil, also wenn man was einzahlt und nachher am Ende bei dem Sale mehr rauskommt, als erwartet wird, weil man bekommt dann eben eine gewisse Differenz erstattet. So, dann schauen wir jetzt nochmal schnell in das Whitepaper rein. Das findet ihr auf der Seite typhoon.network, denn wir wollen ja jetzt mal wissen, wie viele Tokens gibt es denn insgesamt. Es werden zwar vier Millionen Tokens verkauft, aber das muss ja nicht heißen, dass das schon alle Tokens sind. Es kann ja in Wirklichkeit noch viel mehr Tokens geben, mit denen dann ganz andere Sachen passieren. Und solche Informationen findet man also eigentlich immer im Whitepaper. Das lohnt sich auch zu lesen. Das ist teilweise schon mal sehr technisch, aber die Tokenverteilung ist natürlich was, was jeder nachvollziehen kann und was man auch nachvollziehen muss, wenn man in so ein Projekt investiert. Das Whitepaper. Ich finde übrigens hier immer total schön, wenn die hier so einen richtig schwarzen oder blauen Hintergrund haben, weil das dann beim Ausdrucken direkt schon mal so eine Investition für sich ist, weil man muss danach einfach eine neue Tintenpatrone kaufen. Das Whitepaper. Da habe ich hier irgendwo weiter unten, also hier ist im Prinzip beschrieben, wie das Ganze funktionieren soll. Und hier ist der Token Overview und es wird insgesamt 20 Millionen Typhoon Tokens geben. Das bedeutet also, die 4 Millionen, über die wir sprechen, die sind nur ein kleiner Teil von den ganzen Tokens, die da sind und zwar nur 20 Prozent. Insgesamt sind aber 30 Prozent für die Initial Liquidity gedacht. Das bedeutet also, nicht nur der IFO findet statt, sondern es werden auch an AMMs, das sind also im Prinzip Dexes haben wir das genannt. Also das sind sowas wie Pancake Swap und so und Sushi Swap und so. Also an die wird quasi, da werden Liquiditätspools eröffnet, damit da auch ein Trading stattfinden kann und auf diese Liquiditätspools werden also nochmal 2 Millionen Tokens verteilt. Zusätzlich dazu gehen also 6 Millionen Tokens, 30 Prozent an das Team für diverse Sachen. Also erstmal an das Team im Sinne von an das Team persönlich 10 Prozent und dann 20 Prozent werden dann eben nach und nach freigegeben über einen Zeitraum von 12 Monaten. Dafür gedacht sind diese 20 Prozent jeweils zur Hälfte für quasi ongoing costs, potentially legal, also im Prinzip für so Rechtsfragen, die da irgendwie offen sind und für weitere Kosten, die jetzt so, sagen wir mal Betriebskosten, nennen wir das Ganze mal. Und dann nochmal 10 Prozent als Reserve, die am besten, also nach deren Wunsch überhaupt nicht rauskommen, die einfach da sind für Notfälle und jetzt hier 40 Prozent, also nochmal 8 Millionen Tokens gehen jetzt quasi an das Projekt und die Community. Das heißt Direct User Distribution, was auch immer das heißen mag, also ob da jetzt einzelne User die Tokens geschenkt bekommen und so, keine Ahnung, also das ist hier sehr, sehr schwammig formuliert. Dann nochmal Staking Rewards und um das Anonymity Set zu erhöhen. Das bedeutet im Klartext, dass die wahrscheinlich nicht nur über die Einlagen arbeiten werden, sondern dass da auch ein Pool ist mit BNB Tokens, die dann verwendet werden, um Auszahlungen zu machen und dadurch ist natürlich das Ganze noch weniger nachverfolgbar, wenn da Transaktionen stattfinden. Und dann ist hier, steht hier noch ein schönes magisches Wort, nämlich für Airdrops. Das bedeutet, wir haben also jetzt verschiedene Möglichkeiten hier an diesen Token ranzukommen. Der eine ist, die eine Möglichkeit ist dieser IFO auf der Seite Goose Finance, den ich gerade gezeigt habe. Dann kann man ab dem Tag 0, nehme ich an, also ab dem 26. März, wenn dieser IFO stattfindet, kann man hier also im Prinzip schon auf bestimmten Exchanges diese Tokens handeln. Und die dritte Möglichkeit ist, über Airdrops daran teilzunehmen. Da ist aber hier noch nicht geklärt, ob ein Airdrop kommt, wann er kommt, was da gedroppt wird und so weiter. Aber hier ist also wenigstens schon mal angedacht, dass es einen solchen Airdrop gibt. Das bedeutet aber auch, wenn man da teilnehmen möchte, dass man jetzt so ein bisschen im Dunkeln tappt und irgendwie überlegen muss, wer wird hier von dem Airdrop irgendwie bedacht werden und wann könnte der stattfinden und so weiter. Also das heißt, wahrscheinlich, also möglicherweise kriegt man nichts, wenn man darauf wartet. Was für meine Begriffe ziemlich sicher ist, das ist, dass man diese Plattform benutzt haben muss, um an diesem Airdrop teilzunehmen. Das ist schon mal total, also für mich ist das total klar. Das bedeutet, ich werde also jetzt mit ein, zwei Wallets, die ich habe, hier irgendwie auch mal die ein oder andere Transaktion machen. Es wäre ja zum Beispiel schön, quasi von, wenn ich jetzt ohnehin mit zwei, drei verschiedenen Accounts arbeite, dann eben zwischen den Accounts mal ein paar BNB hin und her zu schicken. Und ich würde da auch jetzt, wenn ich in der Lage bin, also solche Beträge quasi hier abzubilden, dann würde ich auch eher in diesem 1 BNB, 10 BNB Bereich sein, vielleicht sogar 100, wenn ich hätte. Keine Ahnung, vielleicht hat ja der ein oder andere, aber so ein BNB oder 10 BNB nicht 0,1, weil es könnte sein, dass so ein Airdrop eben auch vom Betrag abhängt. Das heißt also, die Leute, die relativ, also die kleinen Beträge haben, kriegen dann weniger, als die, die die großen hier benutzt haben. Das heißt also, mein Tipp wäre, wenn ihr am IFO nicht teilnehmt, also dieser, im Grunde diese, die Tokens, die über den Airdrop vielleicht eines Tages verteilt werden, die sind ja umsonst, die kriegt man einfach. Dafür muss man aber mit Sicherheit hier an dieser, mit dieser Plattform schon mal gearbeitet haben. Und das ist also eine schöne Möglichkeit, hier quasi Tokens geschenkt zu bekommen. So, das ist das. Jetzt die große Frage, was ist eigentlich preislich zu erwarten? Also beim IFO wird der Token dann eben 50 Cent kosten pro Stück und da ist ja, das wird ja nicht für immer der Preis bleiben, der wird sich ja entwickeln. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass dieser IFO relativ schnell ausverkauft sein wird. Ich denke mal, dass man, wenn man hier teilnimmt, auf jeden Fall ein bisschen was bekommt. Das liegt an der Overflow Method. Also das bedeutet, wenn mehr, wenn sehr, sehr viel eingezahlt wird, dann wird ja quasi anteilig verteilt auf diejenigen, die da teilgenommen haben. Das heißt also, wenn ich, was weiß ich, 1000 Dollar oder so da eingelegt habe, dann werde ich sicherlich auch ein paar Krümel irgendwie abkriegen. Und hier steht in diesem, unter Read More, dass auch die Möglichkeit besteht, dass man komplett leer ausgeht, weil der Anteil, den man hier steht, ist es possible to receive no Tokens at all. Weil wenn man jetzt also einen bestimmten Betrag da rein tut und insgesamt so eine große Menge an Tokens quasi oder an Einlagen passieren, dann ist die eigene Einlage so verschwindend gering, dass dann quasi durch die Rundungen irgendwie man nichts mehr bekommt. Aber möglicherweise kriegt man eben doch was. Also das heißt, es schadet im Prinzip jetzt nicht hier teilzunehmen, wenn man diese Tokens haben möchte, auch mit kleineren Beträgen. Denn selbst wenn man zu wenig hat, um überhaupt was zu bekommen, bekommt man wenigstens seine ganze Einlage zurück. So, preislich, was ist zu erwarten? Ich habe einfach mal ein bisschen überlegt. Und zwar gibt es schon ein ähnliches Projekt auf der Binance Smart Chain. Das heißt Swirl. Und Swirl ist ein bisschen weiter als Typhoon. Und hier gibt es schon Liquidity Mining, Staking. Hier kann man das auch kaufen. Und hier hat auch ein IFO sozusagen stattgefunden, beziehungsweise ein Token Sale hat hier. Ein Pre-Sale hat stattgefunden. Und ich schaue mir das nochmal gerade an. Also ja, und zwar auf CoinGecko, weil das ist sogar schon auf CoinGecko gelistet. Unter Swirl Cash. Übrigens auch ganz wichtig. Es gibt tatsächlich Projekte, die Typhoon heißen. Typhoon Cash zum Beispiel. Und der Token heißt Foon und der ist es nicht, um den es geht. Also wenn ihr irgendwie jetzt am Freitag oder so auf CoinGecko seid und da ist schon ein Listing, achtet bitte darauf, dass es das Richtige ist. Denn die Tokens heißen schon mal sehr ähnlich und dann vertut man sich so. Wir sind jetzt hier bei Swirl. Und der Swirl Token, der handelt jetzt hier mit 6,36 Dollar. Das heißt also, unser Token, der Typhoon wird mit 50 Cent anfangs gehandelt oder wird mit 50 Cent erstmal verkauft. 6 Dollar. Jetzt muss man vorsichtig sein beim Vergleichen, weil wir haben hier zwar eine Marktkapitalisierung von 8 Millionen, aber von Swirl gibt es insgesamt nur 5 Millionen. Wir hatten bei Typhoon insgesamt 20 Millionen und hier sind es 5 Millionen. Circulating Supply ist also das, was jetzt schon an Tokens draußen ist. Das ist 1,3 Millionen. Das bedeutet also, wir reden hier über eine ganz andere, eine sehr viel kleinere Tokenmenge, nämlich viermal kleiner als bei Typhoon. Das heißt also, man kann hier, wenn man jetzt, ich sag mal, sehr, sehr optimistisch ist, was den Preis angeht am Anfang, damit rechnen, dass ein Viertel von diesem Preis hier erzielt wird. Und das wären ja dann ungefähr 1,50 Dollar. Also wäre der Token Sale bei Typhoon Network mit 50 Cent immer noch sehr niedrig angesetzt, also 50 Cent im Vergleich hierzu. Aber das Ganze ist sowieso irgendwie Glaskugel und das wird alles ganz anders kommen, als ich mir das jetzt denke und als alle anderen sich das denken, weil diese Token Sales, die sind im Grunde immer totales Chaos. Meistens gibt es dann noch Bots, die den Preis nach oben treiben und da kurz darauf geht der dann wieder runter. Also man weiß eigentlich nichts Genaues. Das heißt, was aber, glaube ich, ziemlich feststeht ist, dass der Preis jetzt bei dem IFO 50 Cent betragen wird. Die Anzahl an Tokens, die man bekommt, ist ungewiss. Das hängt einfach ab von der Menge der Teilnehmer. Das ist also jetzt von meiner Seite, Swirl Cash. Das ist also jetzt im Prinzip der Tipp. Es gibt erstens, es gibt schon so ein Projekt. Zweitens, das Projekt ist technisch weiter. Und drittens, es hat weniger Tokens, die jetzt im Umlauf sind. Das heißt also, der IFO bei Typhoon Network ist womöglich nicht so erfolgreich wie der von Swirl. Seid also, wenn ihr investiert, ein bisschen vorsichtig. Macht euch selber schlau. Von meiner Seite, das ist jetzt hier kein Tipp, da unbedingt investieren zu müssen, sondern es ist einfach nur hier so, dass ich meine Gedanken mit euch teile, dass ich euch erzähle, was ich denke, damit ihr selber dann entscheiden könnt, wie ihr euch hier verhaltet. Ich hoffe, das Ganze hat geholfen und war irgendwie nützlich für euch. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like hier irgendwie drücken würdet. Und ansonsten bei Fragen oder Sachen, die ihr gesehen habt, wenn ihr was ergänzen wollt, schreibt das doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich auch, wenn ihr sonntags um 11 Uhr in meinen Livestream kommt. Ich werde hier wahrscheinlich diesen Sonntag über den Verlauf dieses IFOs dann mal ein bisschen was berichten, denn ich schaue mir das auf jeden Fall am Freitag dann an. Ach so, und dann schauen wir noch mal ganz kurz, wann ist das eigentlich? Und zwar, das Ganze ist um, also hier, es ist am 26. März, 18 Uhr, also 6 p.m. stand ja eben auf der Webseite. Das ist, und zwar UTC. Und das ist dann, also in unserer Zeit, in unserer Zeitzone, der 26. März, also am Freitag um 19 Uhr. Um 19 Uhr, wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr also auf die Webseite goosedefi.com, hier unter IFO, dann schauen, was sich hier tut, weil diese Oberfläche hier wird sich dann verändern und dann kann man mit seinen LP-Tokens hier teilnehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß und wir sehen uns dann hoffentlich am Sonntag.